Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und dem letzten Teil des kleinen Specials, dem vierten Teil Bands ohne Zugang, zumindest für dieses kleine Bands ohne Zugang Special, denn die Liste, die ich theoretisch mir mal aufgestellt habe, ist noch deutlich länger, aber dafür sollen wir es erstmal belassen. Die vierte Band ist nämlich Axis. Also worum geht es hier bei Bands ohne Zugang? Es geht darum, es gibt viele, viele Bands da draußen, die haben sehr viele Alben draußen und ja, ich habe nie einen großen Zugang dazu gehabt. Man könnte sich jetzt irgendwie einfach irgendwo das letzte Album holen, aber es ist nicht unbedingt repräsentativ und die Gefahr ist einfach da, dass man sich so eine Band auch einfach dann verhunzt. So, und ich dachte, das sind Bands, die könnten was für mich sein und es wäre vielleicht hilfreich, so ein bisschen guided-mäßig, ja, einen Zugang mit eurer Hilfe zu bekommen, wo man dann wirklich sagt, da ist es repräsentativ, da sollte man am besten reingrätschen, um sich natürlich auch nicht von Erwartungshaltung eine Band zu zersägen oder halt zweifelig beim falschen Album einzusetzen und sagt, okay, das ist überhaupt nicht meins, dann brauche ich auch den Rest nicht hören. So, und die vierte Band in diesem Special ist Axis. Axis ist ja meiner Kenntnis nach eine 80er-Jahre-Metal-Band, die es auch, glaube ich, immer noch gibt. Und ich glaube tatsächlich, ja, ich habe die irgendwie mal von Weitem, glaube ich, auch im Rackhard-Festival schon mal so leicht gesehen oder schon mal so leicht verfolgt. Ich habe aber Tatsache quasi keinen Song von dem Kopf. Ich würde behaupten, ich bin, ja, immer auf Apartheimonium früher gewesen, dass die tatsächlich auch da mal, ja, häufiger gespielt worden sind, Axis. Aber, na, wenn du nicht weißt, dass es Axis sind und die Songs nicht kennen, erkennst du auch nicht, dass es Axis ist. Und ich meine, es wäre halt irgendwie eine klassische Metal-Band, eine klassische Metal-Band aus den 80ern, was ich ja sehr mag tatsächlich und die dann hoffentlich auch in den 80ern ihre großen Hits hatten. Ich habe, glaube ich, tatsächlich auch deswegen keinen Zugang zu denen, weil die, glaube ich, die Jahre nicht so gut überstanden haben, wie, klar, Saxon, Maiden Priest, aber immer noch aktiv sind und vielleicht dann auch nicht ähnlich wie Anvil vielleicht nicht die Hittichte hatten und einfach auch, ja, nicht den langen Atem, um so eine Qualität und dann auch so einen Legendenstatus zu erarbeiten. Ich glaube aber tatsächlich, dass es da draußen viele gibt, die Axis sehr schätzen. Und ich glaube, und das ist ja tatsächlich das Schöne bei diesen ganzen 80er-Bands, ob die die Zeit gut überstanden haben, wie auch Anvil so zum Beispiel, die es ja derzeit nicht haben, gibt es bei diesen 80er-Metal-Bands eigentlich immer innerhalb der oldschooligen 80er-Jahre-Alben richtig geile Sachen zu entdecken und, ja, Tatsache, haben die immer ihre Hits da auch gehabt und ihre Berechtigung innerhalb der 80er. Viele haben das Hintenhaus einfach nicht gut geschafft, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, Axis, und da wird es dann jetzt auch spannend mit eurem Input, gerade die 80er-Sachen sind für mich interessant. Ich glaube, ein 2014er-Album juckt mich nicht die Bohne, aber die jungen, die wilden Axis, das sind die, die ich erfahren möchte. Es sei denn, ich bin hier wieder bei Bands und Zugang völlig, völlig auf dem falschen Dampf und habe falsche Erwartungen. Meine Erwartung ist aber tatsächlich, dass die ein paar Hits haben oder eher ein paar mehr und dass gerade in den 80ern die sehr, sehr stark waren und es sich da die ein oder anderen Alben definitiv sehr, sehr lohnen und meine Hoffnung ist halt Tatsache, dass ich dadurch nochmal so ein paar richtig geile 80er-Perlen für mich entdecke, wo man denkt, ja gut, ihr kennt die da draußen ja alle. Man kennt ja nicht immer alles, ich kenne nicht alles. Dafür kenne ich Sachen, die ihr nicht kennt, ihr kennt Sachen, die ich nicht kenne. So ist es halt und dass bei Axis tatsächlich noch dem 80er-Heavy-Metal-Repertoire ja was Frisches letztlich kommt, was natürlich alt ist, aber was für einen selbst frisch ist und aber mit einem frischen Jugendlichen und wilden 80er-Sound daherkommt, weil die 80er-Heavy-Metal-Bands eigentlich alle ziemlich geil waren. Das ist es ja so. Ob es jetzt, ich weiß nicht, irgendwie Tokio Blade und Tralahopsi sind, dann, ne, viele haben es nicht gut geschafft, viele haben die 80er gar nicht überstanden, aber Axis, ne, waren meines Erachtens in den 80ern unterwegs. Ich glaube, ich habe die irgendwie mal im Vorbeigehen am Rockhard-Festival gesehen, aber ohne Zugang, ohne irgendwas, halt, da bleibt nichts hängen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich bestimmt irgendeinen Song von der Partimonium oder von einer Blackout-Party, wo ich früher sehr, sehr häufig war, bestimmt auch kenne. Aber die Frage ist, wo starte ich da? Ich denke, es wird ein 80er-Album sein. Die haben bestimmt so ein, ja, es ist ja häufig so, gerade in den 80ern gewesen, das dritte Album muss sitzen, so und vielleicht ist es so das typische dritte Album von denen, vielleicht ist es auch das typische erste Album, häufig sind ja auch die ersten Alben gerade bei denen sehr stark, im Gegensatz zu Black Metal, die dann meistens sehr rumpelig klingen. Aber da bin ich jetzt auch für eure Hilfe angewiesen. Wo kann man bei Axis am besten starten? Ich habe tatsächlich noch keinen Zugang und ich habe ein bisschen Angst, dass ich beim falschen Album halt starte. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Haut mal bei Axis rein, wo kann man am besten starten? Ist es tatsächlich vielleicht das erste Album chronologisch, so wie ich es bei Running Wild gemacht habe? Oder ist es vielleicht doch das dritte, das vierte? Oder gibt es da irgendein Album, was besonders hervorsticht? Reicht vielleicht auch ein Best-of? Live-Alben bin ich nicht so für, muss ich dazu ganz klar sagen. Aber ja, lasst es mich mal wissen. Axis könnte eine Band sein, die mir dann tatsächlich gefällt. Ich werde aus allen vier Bands und dann auch natürlich hier auch aus Axis ein Folgevideo machen und dann gucken, wie mein Zugang vonstatten ging. Und dann gehe ich mit euch in den Diskurs, ob das so funktioniert hat. Aber ja, das war auf jeden Fall erstmal das kleine Sub-Special. Bands ohne Zugang mit allen vier Teilen. In diesem Teil war Axis dran. Im ersten Teil hatten wir Katatonia, im zweiten Noctob Ducta und im dritten Nick Cave and the Batsy. Sehr wilde Mischung. Die Liste ist noch länger, wir werden das Special sicher nochmal wiederholen, aber ich muss jetzt erstmal aufarbeiten. Ich habe jetzt erstmal was aufzuarbeiten und ich hoffe, euer Input wird gut sein. Sagt mir, wie ihr euch bei Axis reinballern soll. Natürlich auch bei den anderen Videos. Ihr findet die alle in der Playlist. Und dann hoffe ich, dass ich zumindest in die vier Bands einen ordentlichen Zugang habe und dann Tatsache meine Erwartungen, meine Hoffnungen auch klarkommen und ich da wirklich was entdecke, was mir persönlich einfach Spaß macht. Darum geht es ja hier am Schluss. Wir wollen Spaß an Mucca haben. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, was da kommt. Tippt weiß ich ein zu Axis und kommentiert auch noch die alten Videos, falls ihr noch nicht habt. Bin ich sehr gespannt, was da kommt. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen. Die folgenden Videos folgen dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020